Und Sie waren der Einheit erst mal skeptisch gegenüber? Ich war da skeptisch gegenüber, weil da ja auch immer noch von der Geschichte her so dieser Hintergedanke im Kupf war, was passiert denn, wenn wir wieder eine Großmacht werden durch. Wir haben ja gar nicht daran gedacht, dass wir ja eigentlich ein Schrotthaufen sind und dass das Geld, was hier reingepumpt werden muss, eigentlich auch die Kraft des Landes Westdeutschland übersteigt. Und jetzt wissen wir ja, dass es das ganze Stückchen überstiegen hat. Und wenn ich mir jetzt in manchen westdeutschen Landstrichen die Straßen angucke, die sind so wie damals bei uns in der DDR voller Löcher. Und das kann eigentlich nicht sein. Also wenn einseitig dann Geld da reingepumpt wird, aber dann andere Landstriche von der ehemaligen westdeutschen Seite dasselbe Schicksal haben von der Bausubstanz her wie damals im Osten, das haut auch nicht hin. Können Sie sich noch daran entsinnen, was Ihre Gedanken damals waren, also warum Sie damals skeptisch waren? Kurz nach dem Mauerfall auch. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, wenn wir Westdeutschland werden, also ein Deutschland. Erstmal mit diesen vielen Millionen angepassten DDR-Bürgern, mit diesen Millionen Parteigenossen, die ja doch in ihrem Kopf verhältnismäßig enge Grenzen hatten. Es gab sehr wenige denkende Menschen darunter, habe ich selten erlebt. Na ja, es gab jedenfalls da so viele Punkte, wo man sagen musste, das war alles nicht so glücklich und deswegen gehörte ich zumindest mit zu den Leuten, die sagten, eigentlich wäre mir ein dritter Weg, den wenigstens zu versuchen, lieber gewesen. Aber ein Versuch hätte wahrscheinlich noch mehr Geld gekostet, was wir nicht hatten. Und haben Sie nicht daran geglaubt, dass man ein vereinigtes Deutschland auch sozusagen nochmal neu definieren kann, zum Beispiel mit einem neuen Grundgesetz vielleicht, oder dass man gemeinsam daran arbeitet, wer werden wir? Also ich war ja dann ab 90 immer mal in Westdeutschland. Und so wie das auf mich gewirkt hat und auch mit der Skepsis, wie Westdeutsche mir gegenüber begegnet sind, bin ich auf die Idee nicht gekommen, dass man da was verändern kann. Das ist zu festgefügt, denke ich.